Da saß ne Fliege, wenn ich dich kriege, da rupp ich dir 1, 2, 3, 4 Beine raus, da musst du hinken, auf dem Schinken, da kommst du ins Berliner Krankenhaus, da wirst du operiert, mit Scheiße eingestellt. Michael! Michael, schick auf! Wo wollen sie denn hier? Zu de Greifelstelle! Doch nicht! Jojo! Schick auf, der Randwichten gibt's schon 20 Grad. Ja genau. Und deswegen machen wir auch ne große Party auf den Greifelstelle, wie sich das gehört, am 23. und 24. Juni, bei wunderschönem Wetter, zu wie heute. Richtig. Wir laden alle recht herzlich ein, mit uns zu feiern. Auf geht's, auf de Greifelstelle! Aufsteigen! Schönen Füder! Mach an! Warte! Steuers, fahrt immer nett! Aportion mit! Ja, es geht doch jetzt! Auf geht's, de Greifelstelle! Oh da, Auf geht's! Ah, vom Obersch all zu doch. Das war's für heute.